Ab morgen ist es soweit, dann haben alle Bundesländer gleichzeitig Schulferien. Aus Sicht der Klimaaktivisten der letzten Generation ist das wohl die beste Zeit, Flughäfen zu besetzen, nicht nur in Deutschland. Zum Unmut all derer, die in den Urlaub fliegen wollen, mindestens 200 der rund 1400 geplanten Flüge sind allein am Frankfurter Flughafen heute bereits ausgefallen. Und das, weil Aktivisten sich Zugang aufs Rollfeld verschafft haben. Da stellt sich auch die Frage, wie steht es eigentlich um die Sicherheit an deutschen Flughäfen? Wir blicken noch mal genauer auf die rechtlichen Aspekte. Kolja Schwarz, unser Rechtsexperte für die ARD. Kolja, unzählige Flüge fallen aus durch die Aktion. Welche Rechte haben da die Passagiere? Die Bundesregierung will ja das Luftsicherheitsgesetz schärfen. Wie genau könnte das das Eindringen auf Flughäfen stoppen? Viele fragen sich vielleicht auch, warum es so einfach ist, aufs Rollfeld zu gelangen. Also offenbar müssen die Sicherheitsstandards höher sein. Sind denn die gesetzlichen Vorgaben ausreichend? Vielen Dank damit an Kolja Schwarz. Ja, das hier ist vermutlich das Ergebnis eines illegalen Autorenns. Mitten auf der Autobahn. Dort, wo viele Autos unterwegs sind. Zwei Menschen sind in der Nähe von Dortmund ums Leben gekommen. Was wir bisher über die genauen Hintergründe wissen.